Musik Das ist eines der Kerngebiete der Reformation. Münzer war hier und hat versucht, den Kerngedanken der Reformation weiter auszubauen. Mit all den Wunderbaren, was daraus entstanden ist, aber natürlich auch mit all dem schlimmen Bauernkrieg zum Beispiel. Musik Ein besonderes Kennzeichen des Sprengels oder der verschiedenen Gemeinden ist, dass die Leute, obwohl sie wenige sind, ein sehr hohes Maß an Engagement zeigen. Wir haben ganz viele Leute, die ehrenamtlich mitarbeiten. Obwohl wir sehr viele Einzelgemeinden sind, funktioniert unsere Kinder- und Jugendarbeit ganz gut, weil sie an besonderen Orten konzentriert wird. Und die Leute sind engagiert, kommen da hin und haben Lust mitzumachen und Beziehung zu Gott zu erleben und auch gegenseitige Hilfe zu erleben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020